Das weiß ich, ja. Ich hab ihn ja bei SVZ und bei CQ. Woll ich jetzt aufnehmen. Wo ist denn der Ball? Oh, ran gesummt. Ich lasse es jetzt an, wenn ich jetzt ausmache. Scheiße, wenn ich zufrieden bin. Weißt du, dass ich Mikro... Das ist mir doch egal. Verdammt. Musst du auf länger anmachen. Scheiße, ich hab da reingelabert. Hey, Lieder, kleine hübschen Typen, Scherz. Kann der herkommen, Hanno ist hier. Warte dich. Mies. Ich warte jetzt, bis die im Torschuss versuchen. Auf länger, wie stellt man das denn ein? Einstellung. Ja, das ist schon mal. So, Videobildvorschau. Videovorschau, Dauer, drei Sekunden. Na, das ist ja Vorschau. Ne, Manuel, wäre auch geil, ne? Ne, ne, kann ich nicht auch nicht arbeiten. Ja, vielleicht ist es das sehr. Ja, hoffentlich. Na, jetzt fühle ich mich noch nicht. Schon, ich bin Mikro bei dir an. Ich bin bald, sechs Minuten. Nein, ich kann nur zehn Minuten, glaube ich. Ja, eben ist bei mir auch so, es ist auf eine Minuten, die Falle gegriffen. Nächste Woche, letzte Woche? Komm, 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 komm. Oh, Benni, du halt. Ey, dann, mach weiter. Du hast egalere Qualiheit, ich weiß. Das ist gar nicht. Ich sehe gar nichts mehr. Oh, ich sehe bald. Äh, wo ich meine, 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 wo ich meine. Ich bin mir alle. Ja, nein, nein, nein. Wir sind nicht einfach auf, wie geht der, ich kann auch sechs Minuten, ich kann sechs Stunden noch was machen, ne? Ja, ey, am Arsch. Willst du mich verarschen? Die kann sechs Stunden. Bei mir beendet das. Ich kann nur noch 15 Sekunden, wie gangweilig. Ich kann noch ein bisschen mehr. Ich kann noch ein bisschen mehr. Ich habe vier Gigabyte. Oh, ich muss heute in Englisch die ganze Zeit eng. Ja. Aber die haben mich alle nicht verstanden, ich durfte denen das nicht übersetzen. Ich muss ja mal mit den Idioten arbeiten, ich kann nur verstehen. Kann das sein, dass ich so schlecht sein Englisch das auch wieder nicht. Ja, nee, Arbeit. Alex. Kann kein Englisch. Oh, Benni, du holst. Oh, ich beende jetzt mal, Gott, weil das wird... Nee, stopp. Nee, stopp. Nee, stopp. Nee, stopp. Nee, auf jeden Fall haben die mich nicht verstanden. Und ich saß dann so, oh, fick, oh. Mensch, mich geh, meine Gegspieler, mich geh. Der Chartgibler hat mir wecken schießen. Oh Gott. Seine zu verschiedensten Frauen fallen aber auch auf. Fahri, ne? Und Gelb. Sie sind auch früh. 3 4 3 3 4 5 5 5 wahrscheinlich beim Turm 4 schön auf den Kopf geschossen ich hätte gegen Kopf geschossen er wollte Kopfball machen ja ich weiß er machte ich noch teilweise am top-kopf für alle die nehmen wenigstens kaputt nicht so feige wie manche aus unserer anscheinend geht mir nicht auf ja ich bin ich nicht auf mich auf die die auch eine komponente ja das ist immer noch schlimm den Kopf zu nehmen ich meine da wollte kann ich kaputt in Deutschland die Menschen so kann ich zu drücken Gott sei Dank das klang jetzt liebte oder das war es richtig lieb und hat er hat aber auch keine Schuldgefühle wenn man so gut Deutsch kann die Bühne ein die die Bekannte genau so gut Deutsch wie Fahri Englisch so finden eigentlich da vorne ist der Fall egal ich bin da wo die meisten Leute sind Karte so gut dran wenn die sich das aus dem Thema aufhält Prozent er hat er auch mit einer Begründung der Menschheit ich habe einen halben Meter groß ein ja bei dir auf dem Dingchen schon ich muss man mit dem Grund und er hat er du bist der Engländer der Weile in den Weg nur weil die da stehen Tor Hättest du mal drei gesagt, hätte ich mitgeschrien. Hi. Nein, Michelle, es wird viel geiler. Die Menschen stehen im Weg, oder? Ja. Oh Gott. Unsere Schmerz. Wer? Ah. Wir hören uns voll komisch an. Wir hören uns immer komisch an. Nein, Max hat sich wehgetan, Max hat sich wehgetan. Oh, oh. Max, so, Meckle. Max, genau, du, 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 Max. Nein, das war ich von meiner Mama. Ich habe jetzt seine Titten auf dem Bild. Ich muss so machen. Nein. Ich hab dich schon, hab ich auch an. Nein, das ist cooler. Nein, das ist von York. Das auch. Nein, das habe ich mit längeren Trägern. Äh, mit dickeren Trägern. Hast du geschrieben mit? Ich bin noch für die Träger. Nein, ich bin lieber. 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 Oh, wie geil, ich bin unterwegs. Ich bin lieber. Ach, meine Laune hat sich noch mehr gesteigert. Oh Gott. Gleich zwittert die hier rum. Was zwittert die hier? Piep. Ha. Wenn sie jetzt herkommt, dann zwittert die, was fällt weg. Die ist total behindert geworden gerade. Ich war nur kurz, irgendwie 10 Minuten bei denen und dann kriegst du Angst vor ihr. Das liegt am schönen. Hallo. Weißt du, gestern kam sie aus der Schule gerannt, reißt die Tür zu meinem Zimmer auf, kommt erstmal reingeschwimmt. Lieber, ich bin... Pflücke, ne? Pflücke. 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 Piep, piep, piep. Ich bin Pflücke. Piep, piep, piep. Ich bin Pflücke. Sie meintest du mir, das liegt daran, dass wir aufs Ratsgymnasium gehen. Ja. Intelligentheit macht dumm, wie sie meint. Ja. Aber das Gefühl habe ich auch manchmal, dass die Intelligenten total dumm sind eigentlich. Nein, zumindest... Oh Gott, hast du ne scheiß Quali. Ich mag ja nicht Quali noch. Du kannst es tun. Oh, ich glaube. Oder die Glücksbär hieß. Oder warum bin ich so fröhlich oder so ein Freund, ne? Oh, oh. Warum bin ich so fröhlich? Ja, die, so fröhlich, so ausgesprochen fröhlich. So fröhlich war ich nie. Warum kannst du den Text? Ich habe früher das immer auf Kassette gehört. Ich habe das... Ich habe das früher... Äh... 28.8er? Ja. Oder so? Ja. Komm, 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 komm. Oh! Ja? Toll, ich habe ihn nur den Rasen gefilmt. Wollten wir immer noch, wir sind dann weg, wir gehen rein. Weil ich keinen Bock mehr habe darauf, dass Doreen und ich nur spielen und der Rest am Rand steht und sich unterhält. Nein, du holst den Mal. Nein, mach ich's gar nicht. Nein, du holst den Mal. Nein, du holst den Mal. Tick aus und hol den mal. Sonst wohl ausgetickt nach einer Zeit. Ich habe gesagt, wenn sie es zu weitermachen, dann können sie nicht vergessen, dann bin ich weg. Wechsel ich den Fallen. Das war mal mit dir. Sch***. Ich frag. Ja, ich habe... Ich habe da mit Kajal drauf. Kajal, ich schrei mir mit Kajal auf. Nein, war eben so aus. Nein, mit Addie.